hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen news ausgabe hier am sonntag wir haben viel um sie zwei und aber auch den train simulator da gibt einiges das alles und mehr jetzt direkt hier in den news gigantische neue buslinie für wuppertal ganze 17 kilometer lang 60 minuten fahrzeit und 35 haltestellen ein feuerwerk zwischen großstadt dörfer berge und überland erwarten euch in diesen tollen großartigen neuen mini dlc für wuppertal grün ist bereits fertig gelb ist aktuell in arbeit und rot ist in planung ja ein neues mini dlc von wuppertal vom bröckladbeck was haltet ihr davon schreibt es doch gerne in die kommentare würde mich brennend interessieren wir bleiben bei bröckladbeck und zwar geht es hier um düsseldorf denn düsseldorf kommt im april das dlc wird im kommenden monat online in den verkauf gehen mit einer wirklich abwechslungsreichen strecknetz ist das dlc tatsächlich noch größer als wuppertal und größer als ursprünglich geplant auch der solaris 4 bekommt nicht nur die typische rheinbahnausstattung sondern wird es in zwei versionen geben die metroversion hat einen fahrkartenautomat ohne kasse für die schnelle abfertigung von passagieren und geringen standzeiten an den haltestellen zusätzlich gibt es auch noch die stadtbus version ohne fahrscheinautomat viele tolle details und wirklich grandiose großstadt warten auf euch wer sich das bereits jetzt schon mal angucken möchte der findet bei uns in der playlist eine vorab version wir durften das ganze nämlich bereits schon testen und spielen wenn ihr euch das gerne mal angucken möchtet dann schaut es doch dort mal vorbei münchen bekommt ein neues update an der 154 ost wird gearbeitet die ersten beiden kreuzungen stehen haarmauerkirchstraße die gebäudetexturen sind fast bis zum arabella park fertig neue soundaufnahmen für den bus wohnvorgeraumer zeit gemacht wegen krankheit kamen wir bisher nicht dazu wollen es aber schnellstmöglich liefern die bus updates werden weiter getestet und höchstwahrscheinlich zeitnah verfügbar gemacht das streckenabschnitt zwischen siegestor und englischen garten wurde fps tauglich gemacht durch reduktion der individuellen texturmengen was den speicher entlastet sobald der abschnitt tourer park fertig ist testen und releasen wir den teil ebenfalls sobald wir wissen wann die nächsten updates zur verfügung stehen können wir es mindestens einen tag vorher an eine neue map erscheint für um sie zwei das ist meine real fiktive map zur frankfurt am main linie 21 wie der name der map schon sagt wird die linienführung real bebauung fiktiv sein mitgeliefert wird die linie 71 diese von nordwestzentrum nach nordwestzentrum fährt also eine ringlinie mit circa zehn haltestellen benötigt werden dafür zurzeit alheim laurenzbach updated für alu benötigte allerdings hamburg tag und nacht grummenab und tetow sowie die karte bremen nord ein release themen gibt es noch nicht sobald wir mehr wissen erfahrt ihr es bei uns ein weiteres addon kommt und zwar wien 24a und 31a 2020 aufbau und auf dem wieder eins ändern wird es für die map benötigt wird stellt in omsi 2 den realstreckenverlauf der beiden linien da die greggasse ist somit einer der größten baustellen der map gewesen da mittlerweile der straßenbahnlinie 26 statt dem ehemaligen 23a fährt hotspot der linie 31a ist die siemensstraße das große siemens gebäude welches in echt dort steht wird natürlich auch in omsi 2 dort stehen das klingt auf jeden fall sehr sehr viel versprechen und sieht natürlich schön aus wir packen euch den link natürlich unten in die video beschreibung mit rein für trains im world kommt demnächst ein neues addon raus die hauptstrecke rheinruhr-duisburg-bochum erleben sie geschäftige regional und pendlerverkehr an bord von modernen und bekannten zügen mit transom wird hauptstrecke rheinruhr betreiben sie züge über ein aktuelles streckennetz mit beiden strecken zwischen essen und bochum die von verschiedenen zügen befahren werden jeder bahnhof jedes signal und jeder kilometer pfosten fühlt sich so echt an dass sie es anfassen möchten ihre aufgabe ist es fahrgäste über die stets geschäftige hauptstrecke rheinruhr der deutschen bahn zu befördern halten sie die komplexen fahrpläne ein und befördern sie fahrgäste pünktlich und dennoch sicher und bequem von und zu bahnhöfen egal ob sie selbst fahren fahrgast sind oder nur beobachten sie werden die modernen pendlerstrecke mit all ihren sehenswürdigkeiten und geräuschen erleben am 24 erscheint das ganze kostet 29 euro 99 wer hier zuvor bestellt der bezahlt nur 26 euro 99 die br 425 ist mit dabei und die 422 die 425 wurde mit der unterstützung von mike golds und linus voll hat erstellt ihr findet natürlich alles weitere unten in der video beschreibung den link zu steam packe ich euch unten selbstverständlich wieder mit rein der leben hat eine neue aufgabe gebastelt da das szenario seebergbahn mit problemen noch etwas länger dauert habe ich mich entschieden ein zweites szenario zu bauen welches letzte fahrt der br 628 von der cfl heißt das szenario ist noch in arbeit aber es dauert nicht mehr lange bis es veröffentlicht wird das szenario ist real und spielt im jahre 2014 es wird die strecke durchs mosenthal benötigt also koblenz trier zudem benötigt ihr halt noch die br 628 von ray attraction stadtler flirt 3 dns firm und die br 442 als ki-zug sobald das ganze verfügbar ist erfahrt ihr es natürlich bei uns direkt und auch der phasus hat einiges zu berichten und zwar die zukünftigen szenarios sind ab sofort unter dem link in der video beschreibung verfügbar dort könnt ihr euch die aufgaben dondon allerdings garantieren wir nicht dass alle aufgaben gewünscht funktionieren und geben auch keinen support für diesen also schaut am besten immer brav die let's plays von den trends im lager 2020 mit mir ja für oder von phasus die er uns hier erstellt denn erfahrt ihr natürlich da alles weitere ja und das war's dann auch schon von den news heute einiges passiert ja interessant das war jetzt bestimmt schon gefühlt die 20 aufnahme aber jetzt ist es durch ja wir sind jetzt auch auf twitter wir sind auf twitch wir sind auf facebook überall sind wir mittlerweile also solltet ihr irgendeins von dem haben wir uns natürlich freuen euch dort wieder begrüßen zu dürfen wir packen auch da die neuesten news natürlich selbstverständlich da immer mit rein ihr erfahrt immer dann wann da neue videos erscheinen wann wir irgendwas tolles machen erfahrt ihr es natürlich auf allen plattformen würden wir uns natürlich sehr freuen wenn ihr dort direkt mal vorbeischaut ich verabschiede mich bedanke mich dass ihr dabei wart ich wünsche euch noch einen schönen restsonntag und ja bis zum nächsten mal tschüss